Oh, 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 was ist das? Das ist sowas wie bei Diablo, so ein Lootgoblin. Was war das denn? Oh, ich hätte über den rüber gehofft. Ich stehe hier in der Eingangshalle. Hier ist eine Selbstschussanlage hier und ich bin gar nicht runter. Oh nein! Bitte, bitte komm schnell hoch! Mach die Scheiß Tür zu! Ich höre die Schritte näher kommen. Nein, 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 nein. Dann musst du dir mal auffassen, dass du hier nicht runterfühst. Hier ist ein Brusterei. Ich würde mal schnell Sachen wegbringen. Ja, bitte. Wo geht es hier raus? Hallo. Hallo. Das war... Ach gut. Oh Gott. Achso, und wir haben da übrigens eine Selbstschussanlage hier übrigens. Oh. 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 Echt? Oh, du bist tot. Was ist das denn? Oh. 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 Abflug! Abflug! Hilfe! Reinrollen! Erstmal rausbringen und dann mal gucken eigentlich reicht das noch nicht so ganz Wir müssen hier rechts Was war das für ein Geräusch? Man Exit Alter sind da viele rote Punkte Da ist halt, da ist der Exit Bitte Christopher mach es Oh nein! Nein! Hier ist ein Turret Das ist tot Lass mal schnell raus Der Thampa raus! Hier lang Hier Hier mal mal dazu Hier nach rechts Hier Hallo! Hallo! Oh hier ist Toilettenpapier Sehr gut Oh Oh Da müssen wir uns lassen Sehen wir glaube ich gleich Okay, kannst du das Turret raus machen? Das Turret Das ist Turret Mit dem Augenblick liegen da schon ganz viele Glücke Scheiße, oh nee Du du Oh shit Was ist da? Turret Oh Bestimmt hier gibt's bestimmt noch was zum Verpacken Oh Jetzt bist du eigentlich von Boah geil, was für dumme Scheiße Wer hier vom Biss geht Ja denn? Ich sehe nichts Ich auch nicht Abfahrt Flink los! Hier ist der Apparillo Hier ist der Apparillo Ah Oh 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 Ein Thamper Ich höre dich Ich bin draußen Umher hier Umher hier Wie schnitt ich denn? Oh nein! Oh nein! Ich bleib mal hier unten noch beim Main Ja, versuch deinen Kannst du den Aufzug wieder runterschillen? Aber es bringt ja nichts Na gut Also ich hab noch zwei große Hälfte Ja, ist gute Idee Äh Da wo du hinrennst, Philipp Da rechts Ist auf jeden Fall was Hinter dir jetzt! Hinter dir! Okay, lieber Bruno Oxans Scheiße Perfekt! Oh ja! Okay, ich bleib drin Ich bleib drin Ich geh nochmal Main rein Weil ich weiß Wir müssen raus Was? Was denn? Ich bin ein bisschen late To the game Das ist irgendwie schon ziemlich strong Was er hier gebaut hat Das ist fucking 667 wert Ich bin das gleich mal zur Tür Was war das von Geräusch? Ein V-Motor hier raus Ich hab auch einen V-Motor Wo seid ihr? Hier oben Der ist nicht strong genug, dass sich das lohnt Muss ich immer an die Deckel Oh, Scheiße! Ah Hier ist der Man Eater! Ich glaub das war nicht Ich glaub das war nicht das kleine Mädchen Aber ich weiß es auch nicht Meteor Shower? War das nicht irgendwas mit heftigem Wetter? Ich hab auch mit die Ausschau Oh neee Da auch gar kein Bock drauf gerade aber Oh neee Oh was? Ja der ist gerade links Guck mal da hinten die Tür auf der anderen Seite Oh! Ich hab mich schon wieder komplett verlaufen Weil hier so ein übelstes lieber rin Oh! Mask ist direkt vor dir Vor dir ist Mask Und hinter dir auch Hilfe! Tompa! Oh! 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 Oh!